Ich koche euch heute Lamm-Mantrakot mit einer Feigen-Maroni-Soße. Ich koche das, weil ich erstens sehr gerne Feigen habe, gerne Maroni, und bei uns im Dorf, ich wohne auch auf dem Land aussen, so feines Lamm gibt. Und darum habe ich gedacht, ich mache das heute für euch. Bist du Hunger? Das ist eigentlich eine Mischung zwischen zwei Sachen. Ich habe mal ein Rezept für eine Feigen-Soße gesucht auf dem Internet und habe etwas gefunden von Reh mit Feigen-Soße und alles einfach abgewandelt. Und die Maroni kamen dazukommen, weil meine Tochter so gerne Maroni hat. Mama, wie muss man die schreden? Du hast wirklich Zeit, das ist noch mehr. Und dann kannst du hier hin und dann kannst du so eins nach dem anderen. Was sich lohnt, ist ein guter Fond zu nehmen, der für die Soße ist. Es gibt auch spezielle Lamm-Fond, da gibt es auch Wild. Und das finde ich lohnt sich, weil es riecht einfach viel besser. Im Rezept ist auch, dass man es noch einmal durch das Sieb durchdruckt, bevor man es dann serviert. Und ich finde das eigentlich nicht nötig, weil ich finde es noch fein, wenn es ein bisschen geschmackt hat. Oder wenn man mehr so ein Stückchen drin hat. Ich nehme hier Maroni, die es bei uns in der Metzgerei gibt. Das sind so frisch eingelegte, die schon gekocht sind. Und so wie eine karamellisierte Soße. Es gibt die gleichen, aber auch so in Vakuum verpackt. Im Migros der Gope habe ich die auch schon gesehen. Und das wäre es dann schon. Also relativ schnelle Sache. Guten 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 Abend. Fein sieht das aus.